Jo, dieses kriegende Ding ist weg. Ich hab trotzdem draufgetrugt, du Penner. Ist ja klar. Ähm, von der anderen Seite haben wir auch ein Problem. Ja, du musst das ja unbedingt draufdrücken. Äh, es wird gut. Nicht jetzt draufdrücken, nicht jetzt draufdrücken. Rausdrücken? Nein. Nimmst die Bombe, gehst dann rein und drückst nicht jetzt. Nein. Eine sehr schöne Szene. Ja, Leute, ähm, bei dem Krono und dem Kaffee noch hinten drauf. Äh, äh, da wo die mit Jep-Hack sind. In die andere Richtung. Wir sind hier voll durchgelandet, aber die haben wir mit beiden Schüssen gebrühten. Gut, hast du? Gut, gut. Oh nein, jetzt bin ich auch gestorben. Ich stand hier doch so safe. Ja, okay. Okay. Lasst mal die, die putzen. Okay. Einfacher. Noble 2 und Noble 6, du wirst angetreffen. Okay. Im Krieg? Wirklich? Ja, einer ist tot. Oh, hier ist ja noch ein großer. Okay, ist weg. Oh, Ruhm ist weg. Ja. Oh Gott, der hat mich überrascht. Gut. Okay. Und jetzt haben wir, habe ich auch von dir gewartet. Alle über die linke Seite oder wie? Nö, ich gehe über die rechte. Du bist die linke. Ich weiß. Das habe ich aber auch erst nach dreimal Tränen festgestellt. Ich sehe, ich bin rechts. Hä? Ich habe auch erst mal geguckt, ob ich hier echt nicht stehe. Eieieiei, die hüpfen da rum wie Frische. Das ist ja furchtbar. Ich entschille, wenn mal vor einer zu uns kommen würde. Vor einer. Keinein. Ja. Ich bin tot. Das ist eine schlechte Prüche. Hm, sie geht. Wo seid ihr? Ähm, im Sparen. Ich lasse mal hier auf der Brücke meine Waffen fallen. Hallo, hier bin ich. Hier. Hier. Ja. Ah, komm schon. Also passen kann man das aber nicht schnell. Ja, doch. Wirklich. Ich kann gar nicht mal. Sind die nervig. Die sind aber gerade nervig. Hast du deine Waffen wieder? Ich habe... Nee, nee. Ich habe sie mit Absicht verloren. Ich bin eine Ebene weiter. Jetzt sind hier nur noch ganz, ganz viele andere Scheißen. Ich habe mich vor dem, wenn du es hältst. Du seid Bescheid. Nein, überhaupt nicht. Die sind alle mir hinterhergekommen. Ja. Das hat sich geschafft. Aber jetzt konntet ihr ja ein bisschen vorrücken, oder? Ja, ein bisschen. Also jetzt sind sie nicht nach freiem Feld hier. Ja, genau. Genau. Jetzt sind sie alle... Jetzt müssten sie alle da hinten drinnen hängen. Ja, aber die anderen kriegen wir ja. Das sind nur kleine. Die sind so kleine? Die jetzt dazugekommen sind. Aber die müssten jetzt alle weg sein. Die Leichen fliegen hier umher, ey. Vorsicht Granate. Ja. Ich hab sie gar nicht jetzt. Lag auch genau zu deinen Füßen. Ich hole das. Wie sieht es da drinnen aus? Äh, tot. Was ist das? Was ist das? Was ist das? P-Sport. Und Fitttot. Warten auf P-Sport. Nein, du bist jetzt eine Ebene weiter oben. Hä? Genau, in die Richtung und dann versuch der mal, rechts. Oh, nö, nein, nein, eins, zwei, drei, vier. Okay. Ich glaub fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, er zieht sich auch langsam zurück. Oh nein, da kam noch einer von der linken Seite, kacke. Die haben mich hier die ganze Zeit angeguckt. Oh, guck mal, alt. Nein, 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 nein. Okay, meine Lächer hat es hochgeschafft. Boah. Das ist's rum, du Rvanten, von denen, in den krassen Waffen. Das ist doch nicht so weit. Finde ich, finde ich gar nicht recht. Eine Ebene, eine verdammte Ebene. Das ist das für die Verdammte. Das ist schon. Ja, das ist gut. Wollen wir einfach nur Rissen aufnehmen? Das versuche ich ja schon. Das funktioniert aber auch nicht. Boah. Bist du jetzt eigentlich um eine Landung? Na. Ähm, kleine Probleme hier. Aber sie sind jetzt alle bei mir hier oben, glaube ich. Ach stimmt, ich kann zwischen euch hier. Okay, ich bin... Hier oben, hier oben rechts sind sie alle. Vielleicht kommen sie runter, wenn ich hier dann glaube ich. Das sind echt viele. Ja, ich habe mich hier immer selbst in die Luft gesprengt. Oh Gott. Ich sehe nur Beine. Seid ihr wer da? Ja. Ich gucke mal, wo du gespawnt bist. Genau, auf mir. Ich gucke mal, hau'n Boden. Ich gucke mal, hau'n. Ich gucke mal, hau'n. Oh, danke, dass du die Schüsse abgefangen hast. Danke. Tja, ich habe auch nur noch einen bei mir. Ich bin wieder tot. Ich bin auch mal ganz kurz tot. Ich auch. Oh. Der kommt nicht nach oben und aber auch nicht nach unten. Wollen wir sonst den da unten mehr fahren, dann ist er wieder aufeinander. Ja, ja. Das machen. So, der unten ist tot. Sehr gut. Dann muss einer hier in Deckung bleiben und zwei probieren es mal hoch. Und? Nein, sind wir mal. Und? Ich werde kurz vorgehen. Schätzt du dich denn hier nicht mehr auf? Ich habe nicht so ein Ersteuerungsgewehr geklaut. Ich habe nicht so ein Ersteuerungsgewehr geklaut. Okay. Ja, dann messern kannst du das auch nicht. Ist das doch so weit der Weg? Ja. Einer ist hier unten und spawnt uns immer, oder? Ja. Gut. Ich habe es versucht, sie abzulenken. Okay, sie sind jetzt, stehen ein bisschen weiter auseinander. Ich bin Grato, bin wir da. Kommt gleich einer mit? Mit vollem Schild und vielleicht einer Granate? Ja, ich habe eine Granate. Ich spreise Granatenbrücken. Ah, ich habe es fast durchgeschafft. Es sind fünf oder sechs so auf einen Haufen. Ja. Oh. 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 Wieso? Hä? Okay, wir haben ja hier einen Safepunt. Ja, wir haben ja. Oh, ich bin schwarz. Bin schwarz? Hm. Warum bin ich ganz ruhig jetzt? Ihn tot? Gut. Ich meine Granate verschwendet. Seid ihr alle da? Ja, ich werde alle Granaten. Nein! Ich habe die oberste Stufe fast erreicht. Das hat ja fast geklappt. Ähm. Ich bin tot, ja. So, bin wir da. Nicht so weit gekommen, wie bei mir zu machen. Ey. Erste Stufe berührt. Mit dem Kopf. Spar dir mal die Munition auf. Von dem Erschütter. Ja, obwohl wir könnten ja auch einfach, wir werden alle die Reisewüse umerstellen. Kann ich wieder spawnen. Okay, einer ist weniger. Ja. Ja. Lauf doch. Lauf. Also, ich bin tot. Ich habe es hoch geschafft. Ähm. Ich, ich bin mal vorlaufen. Dann beschädigt er. Ich habe eine Munition mehr. Und ich bin nicht mal gesetzt. Ich bin im Nahkampf. Oh, lach mich richtig auf. Okay. Kontrollpunkt. Tschüss, ihr Lappen. Bringt euch mal um. Bringt euch mal um. Halt, ob ich Pallen im Kamm. Ernsthaft. hat doch gut funktioniert wenn du rauslaufen ich glaube besser als alles andere drei Stunden später haben wir einen von diesen Drecksdingern tot gemacht und es ist gerade so rausgeschaut Ihr Oscar 18 Störsender ist ausgeschaltet warten auf Abholung stehen aber unter Beschuss verstanden 18 Lieutenant Landezone an diesen koordinaten Räumen Schöner Schuss, ich weiß noch nicht Achtung, Verteidigen, was wir im Schiff sind Kommando, hier ist Gunnery Sergeant Buck vom F2O ISD Verstanden Gunnery Sergeant, sprechen Sie Schicken Sie jemanden, der gut fliegen kann, um eine Geheimoperation zu eskortieren Oh, ich explodiere gleich Ja, was erwartest du? Ich bin tot Spieler ist zu schnell Spieler ist zu schnell, ja Brems doch mal Okay, schalten wir sie aus Okay, und wie fordere ich jetzt verstecken? Genau Fall irgendwo So, Noten Evakuierung müssen wir anfangen Die Soldaten gefallen Da war nichts zu machen Okay Jetzt sind wir hier Ja Ja, bitte verschwinden Äh, wo sei denn? Wir wurden woanders hin teleportiert Und Jetzt Kriegen wir hoffentlich ein Gefährt Ja Da ist das Nachschub Ja Danke Wer hat Ihnen? Kann hier bitte noch einer links einsteigen? Danke Okay Sprecher Ja 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 Kontrollen Die sind geflogen Kommen wieder welche? No Hier sind alle von fängten Den habt ihr Okay, alles gesichert Das ist dein Spaß, ne? Was? Nein. Ich? Nein. Boah. Warum fliegt denn der so langsam? Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Benji? Vielen mehr Benjis. Dafür bin ich dir was schuldig, Spawn. Wir sehen uns in der Hölle. Ja. Da kann ich nicht schießen. Ich versuche es schon hochzuziehen. Müssen wir jetzt hin? 7 Delta 1 9 an alle UNSC Truppen. Wie ist Ihr Status, 1 9? Wir haben den Sender gefunden. Stehen aber unter Beschuss. Braucht sofort Verstärkung. Synovien zählt rum. Sind Sie noch da, 1 9? 7 Delta 1 9. Hören Sie mich. 6, hilf den Soldaten, wenn du kannst. Aber schalte auf jeden Fall den Sender aus. Das ist der letzte Sender, 6. Du hast es fast geschafft. Ja, wo ist er denn? Blende den Kack ein. Du näherst dich dem Ziel, 6. Achte auf Feindbeschuss. Und auch. Du hast es vielleicht gut gemacht. Wie ist das heute? Du hast wirklich gut gemacht. Du hast es nicht gewonnen. Du hast du den sieben, oder? Du hast gut gefehlt. Du hast den sieben. Du hast deinen Liegen. Du hast einen Egglack. Du hast einen Termin. Oh Naja unser Ding ist ja eh fast kaputt. Ja der könnte gleich verschrauten wenn ich da kommt neuer. Ja. Hey du hast mich verraten ich könnte dich rausschmeißen. Ach toll dafür sterbe ich gleich wenn ich wieder spawne. Geil danke. Wieso stirbst du einfach? Ja weil ich wieder runter falle einfach so. Cool ich habe das überlebt irgendwie. Ja. Ach so da kann ich sparen. Aber ich wette man hätte hier irgendwie rein fliegen können. So ich habe einen Raumschub angefordert. Ich hoffe ihr auch. Ich habe einen Raumschub steckt hier. Ich habe einen Raumschub. Ich habe einen Raumschub.